Rock me oder shock me Amadeus, was plant Helge am Finaltag? Bei mir gibt das Butter bei den Fischen, die grill ich heute. Also das ist mal eine ordentliche Ansage. Die Mitstreiter geigen dem Gastgeber ganz schön die Meinung. Ich würde das Gericht so allgemein, wie er es heute gemacht hat, nochmal überdenken. Mir fehlt da so ein bisschen die Kreativität, das kann man sich ja ein bisschen anders aufmachen. Die Speisekarte, Konzept, da muss wirklich nochmal nachgedacht werden.